Seidagruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Das ist eine Seidagruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und jetzt, Männer, geht ihr hier auf der Seite leicht Druck der Frau Eine Frau, die diesen Kreuzschritt macht und ihr macht selber auch so einen Und jetzt vorwärts wieder Kontakt, Oberkörper, Oberkörper und abschliessen 1, 2, 3, hier Druck geben, kreutzen, vor- und abschliessen